willkommen zurück zu let's play minecraft soweit ich mich recht erinnere haben wir letztes mal am häuschen weiter gebaut genau mit dem kamin und sowas alles geplant ne wenige stein haben wir auch dabei sehr schön und ich denke mal das könnte ich heute mal weitermachen habe ich gerade so lust zu ich werde mir auch wenn ich werde erst mal ein bisschen leben suchen gerade so spontan entschieden und dann mal gucken hat man ich überlege auch gerade wie ich da die ecke gemacht habt mit diesen dumm dumm da würde ich hier wieder anfangen würde ich sagen da machen wir das gleich mal so wo ich mal hier wird man muss ja leben doch noch ein bisschen worten gemacht wird so und ja dann gucken wir einfach mal was hier noch heute alles so passieren wird so wie dann das alles weiter so wie gesagt ich denke ich werde dann hier so ein gang hin machen quasi der wird dann hier vielleicht so rumgehen irgendwie wird dann in hof oder sowas sein könnte ich mir zumindest gut vorstellen und dann naja erst mal gucken aber jetzt ein bisschen leben haben da hinten müsst ihr noch einiges übrig sein müssen wir gleich mal hier lang laufen uns kommen ja gar nicht raus und ja habe ich gerade hatte dabei schade weil mich gerade dass du so ein bisschen stört vier leben werden wir jetzt wohl kaum mitnehmen kann 1 2 3 4 5 6 6 ok aber zu notern 7 halte aber knack gemacht so machen 1 2 3 4 5 6 bleibt dabei schade was essen sollte ich auch rotowolle ich gut dabei wegen inventarplatz gerade geguckt aber da ich schon ein bisschen rotowolle dabei habe kann ich die auch noch mitnehmen wenn sich mir die schafe hier schon so anbieten los sehr schön und noch mehr rote schafe jetzt muss ich halt erst mal die schafe sind eine gute aufmerksamkeitsspanne kann man bei mir echt nicht klagen ich wollte eigentlich ursprünglich jetzt gerade leben holen aber ja machst du nicht zwar so nun mal gucken ob noch hier was in elke ist ansonsten gehe ich wieder nach da hinten ins freie feld auf freie feld weiß gar nicht immer das so genau sagt oder sagen könnte vielleicht kann man auch beides sagen nichts wissen ist hier noch irgendwo wort doch nicht noch mal eine ecke gucken aber ich werde dann wohl ja ich gehe mal nach hinten und fertig da müsste noch einiges übrig sein habe ich glaube ich noch ziemlich viel liegen lassen und trotzdem werde ich noch sowas von viel davon brauchen es war heftig ich meine ich habe ja eigentlich hier war ich wohl aus den schrank bereich raus ich habe schon eine ziemliche menge eigentlich an leben verbraucht und ich habe ja nicht mal die erste etage zur hälfte umrundet ich weiß nicht wenn ein drittel wenn es hochkommt auch nur wenn es hochkommt also da werde ich noch einiges brauchen eine kuh auf dem baum auch interessant ja dürfen euch mal ein bisschen dreckiges wasser auch nicht schlecht und sind wir da tadeos oder was keine ahnung das habe ich mich gerade ob so ein sind spongebob texter weggewerbe ich auch nicht verkehrt ja bestimmt ganz lustig so mal sehr wie viel haben wir da jetzt nicht mitgezählt ziemlich viel aus ich glaube da gibt es ja keine varianz gucken wie viel stecks das geworden sind und klopp über ein gut dann kann ich ja noch ein bisschen was klauen gehen ich meine wenn ich jetzt 66 voll habe 66 aha dann habe ich ja auch nur im endeffekt anderthalb sechs ziegel wenn ich mich recht entsinne das ist auch wieder nicht so die menge aber trotzdem muss irgendwann noch mal leben sammeln gehen wenn ich komplett freis inventar habe verhältnismäßig freis inventar er kommt mit komplett rein werde ich aus verschiedenen gründen nicht geben erstens wegen den waffen und werkzeugen die würde ich mitnehmen alles was ich meine jetzt nicht mit stein oder knochen oder was ich alles im inventar einfach mal mit freiem inventar halt so gesehen ähm ja so da ist sogar noch was ich mal kurz hier hin jetzt nämlich luft dann gestaltet sich das für mich jedoch etwas einfacher so alle zu mir denn er kloppen die gleich wieder weg wegen platzen so und das war es schon wieder oder was oder liegt da noch was ne aber da hinten ist gleich wieder noch ein neues vorkommen jetzt erst mal ins ufer so äh der ein erder da ja seht ihr da war ein ding und schon zack das geht doch recht fix oh jetzt schwebt der baum aber ja natürlich merkt es physikalisch korrekt also kann keiner was erzählen ich bin ich mit dem baum sein ich will nach man alter so stark ist die strömung auch nicht es geht doch einfach nach oben so da habe ich jetzt noch platz da noch ein bisschen guter kammer mitnehmen da können wir noch ein bisschen weit mitnehmen und zwar können wir da mitnehmen noch zwölf so eine blöcke oder zwölf mal vier sind warte mal jetzt haben wir die zweite sind 48 ja ja dann müsste es passen noch zwölf blöcke abbaue ich wieder 66 voll und dann geht das ach man ich habe schon oder muss ich mal kurz gucken ach gut ich habe das haus doch falls mich jetzt verlaufen sollte was ich zwar nicht glaube also ich wenn ich mich recht entsinne ist das haus in der richtung irgendwo ich auch gleich mal gucken ob ich jetzt hier noch ein bisschen was finde weil hier im bald werde ich wohl eher kaum auf leben stoßen und ja mal gucken schaf, huhn, lehm ach sag das ist ein Tintensack 101,2,3 so kurz luft holen 1,2,3, jetzt müsste ich bei 28 sein oder was? ja doch so nein den sand wollte ich nicht aber egal den kann ich ja gerade sowieso nicht mit aufnehmen boah luft 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 knack macht es einmal in der hand einmal kann ich verschmerzen ähm jetzt kann ich noch vier blöcke nehmen wenn ich mich äh richtig entsinne 1,2,3,4 jetzt müsste ich gleich jetzt deck voll haben ne ach ne warum liegt da auf einmal einer rum ach gut passt alles froh und den rest hören wir uns später irgendwann wenn wir mal wieder in der gegend sind ne oder halt mit leer im inventar auf suche gehen wer weite das schon äh moment ich bin immer noch der meinung ich muss die richtung aber es könnte aus sein dass ich mich komplett verlaufen habe würde ich mir zutrauen äh 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 traue ich mir das richtig zu oder krasser scheiß wo bin ich denn alter ich verlaufe mich auf so'n kurzen stück äh warte mal ich will waypoints und ja ich verlaufe mich auf so'n kurzen stück ey boah das ist jetzt doch naja ha das ist überhaupt nichts aber hier könnte man noch expandieren in der gegend das wär auch was nehmen wir schon mal das schwert in der hand das ist hier bald noch das meine rüstung macht ja auch nicht mehr lange ok also hier haben wir noch einiges an leben sehr schön sehr schön und somit war auch schon ähm warte ich werde mal kurz den waypoint wieder nein cancel den wollte ich nicht deaktivieren remove so ich weiß jetzt mehr bewusst ist denn ich würde ja danach nicht im weg haben und ich das dann irgendwie doch vergesse oder ach keine ahnung ich habe es einfach ausgemacht weil ich es kann so jetzt über die blätter nein über die blätter nicht aber jetzt über die blätter sehr schön und und ja toll ich bin da hoch um wieder runter zu gehen was soll's ja zomi du kommst leider momentan nicht hier hoch das boah das ist halt der grund warum ich hier hoch schleim 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 äh ist der grund warum ich hier auch bin weil hier keine viecher drauf sind aber ne slime will ich doch schon gerne haben auch wenn ich dafür den knochenwerken werfen muss oder so die zacken ist sie kommt auch noch ähm zu mir meine freunde mal sehen ob die da hochkommt theoretisch eigentlich nicht wahr oder doch kommt kommt er davon da nach oben kommt er nicht los jetzt spieler rückstoß rückstoß auf einem schwert hatte man schon wieder warum er so wegfliegt sehr gut meine freunde sehr gut ach jetzt doch und ich will den slime finden wir sagen also sobald nicht wieder ein scheiß verkackter enderman ankommt geht es ja eigentlich was hat denn der da hat eine verzauberte schaufel was zum teufel der droppt hier nicht mal was ist das schlimmste daran klingelingeling die post ist da die post da ist kein slime man ich hatte doch gerade einen gehört aber die richtung gehen ich muss ihn wieder finden auch wenn ich ja nicht nach hause komme wohen weil ich brauche noch später sticky pistons und slimeballs ich war gerade zu ruhig weil ich ich glaube das sind spinnenbeine gut ich weiß aber nicht genau aber dann eben nicht aufgeschissen aufgeschissen nimmer lieber zum baum kippen mit oder was sehr schön das skelett das zweite erwischt mich dann doch team place und für ich bin alleine wenn schon eines gegen eins oder gar nicht ich meine ich habe doch ich habe doch einen platz sehr schön so was nämlich ich bin das ja ich sollte ab und so unbedingt davon ja sie hätten sogar so gesehen aber ich habe jetzt echt keinen bock zu sterben hier lang besuchen uns außen herum zu schleichen so schnell was essen wegen leben nachladen jetzt schon wieder an voll schlimm mal zu sagen bei einer schlucht gefallen noch was nicht geht alle weg von mir ich habe heute kein interesse an einem weiteren kampf heute nacht nicht mehr wenn ich das leben gleich wieder voll was mir gerade mal so auffällt ich finde die rüstungsleistung in diesem text scheiße aus mir gerade so spontan aufgefallen ja ja kommt alle zu mir mir egal ich finde das irgendwie doof aus mit dieser mauer muss ich mal gucken ob ich demnächst mal noch ein anderes ding irgendwo ab snack oder so so und ich habe es jetzt satt ewig auf die ewig drauf zu waren dass sie auch schon kaputt ist welchen ich heute schon wieder fast drauf gegangen deshalb eigentlich ich meine eitelkeit quasi zur seite weiß ich gar nicht und